Ja, guten Morgen ihr Lieben, hier ist die Dani. Ich freue mich, dass ihr mein neues Video euch anschaut. Ich war in Dreieich unterwegs gewesen und habe dort ganz tolle Stricken entdeckt, wunderschöne Naturdenkmale gesehen und eine tolle Hütte entdeckt, wo man reinkehren kann und eine kleine Rast machen kann. Aber Müll mitnehmen, Müll mitnehmen, ganz wichtig. Ja, ihr könnt dort, ihr seid total ungestört. Wir haben da eine riesengroße Rehhärte gesehen und was ich äußerst interessant fand an der ganzen Strecke war der Wolfsstock. Da ist ein Denkmal gesetzt für den letzten Wolf, der in Dreieich geschossen wurde. Und zum Abschluss der Runde waren wir dann am Dornsee. Der ist wunderschön, ruhig und da kann man sich auf eine tolle Bank setzen und diese absolute Stille. Einfach nur genießen, die Vögel zwitschern hören und den Enten zuschauen. Schaut es euch mal an, guckt euch die Rude an, da könnt ihr euch gute zwei Stunden verbringen.